hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute habe ich ein ganz besonderes thema dabei und zwar paranoia paranoia wurde am 5 2 2016 gegründet und das heißt es wurde genau vor einem jahr gegründet dieser klan besteht nun ein jahr und feiert heute seinen geburtstag das feiern wir natürlich als member auch und haben uns da so alle gemeinsam als klan kleines special überlegt dieses findet ihr auf dem klan kanal unten in der beschreibung schaut vorbei lasst ein abo da lasst ein like da kommentiert wenn ihr wollt und dieses video ist einfach nur richtig richtig cool geworden es war schön alte stimmen wieder zu hören und ja ihr seid mir alle wirklich jeder einzelne sehr ans herz gewachsen egal ob test member oder nicht und ja ist einfach wie eine kleine familie und es wird auch immer so sein ich bin jetzt wieder aktiver ich habe eine kleine minecraft pause gemacht weil es mir einfach so ein bisschen auf den sack gegen die community also nicht meine community sondern die minecraft community generell ich werde jetzt aber wieder anfangen und ja schaut einfach auf den klaren kanal mein thema es ist wieder nebensache schaut vorbei das neigt da lasst ein abo da kommentiert und ja viel spaß mit diesem auch einen kleinen rückblick von unseren klaren mitgliedern und ex klaren mitgliedern ich hoffe es gefällt euch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020